Es macht Spaß, getuildet zu werden, von Chaco. Neu ist es denn? Heute gibt's Highlights. Viel Spaß. Ja, Collector, hallo? Wir sind im Wege, im Weg. Ich bin unterwegs. Alter. Heieieiei. Ein Tor. Ah! Ach so, ich bin eigentlich aus dem Kalista runter. Oh Gott, oh Gott, ich bin so scared. Ach ja, Kalista wollte ich. Ah, ich komm. Na, jetzt ist leider... Die haben keinen AD Carry. Geh ich nach oben oder was? Ah, das machst du schon mal. Oh, wie? Aber die kriegst du auch. Dann gab auch Augen. Mach doch jeden einfach. Ich mach doch keine Sachen holen. Mach nix, ich will da nicht weg. Ich geh close. What the fuck? Was? Was? Da gibt's ja auch einen Tag für die gute Age? Mach auf! Hi Coach. Ich finde, ich hab das okay gespielt. ja aber ich habe auch mit dem fall habe ich eine situation okay okay ach guck mal ich habe triumph mit das ist glücklich was ist denn hier los ich fasse es nicht ich fasse es nicht was gerade passiert ist ich hole kurz vorhin ich renne ich renne ich renne ich renne ich kümmer mich um alle ich kümmer mich um alle oder es war weg nie hat die dumme ich fasse es nicht auf jeden fall bombeding mit gegen morgana caitlin bot ich bin so viel besser als alle in diesem spiel ich fasse es nicht ich nicht aber ja trotzdem überlebt weil ich taumt händen schaust es ist schwierig wenn man marksman spielt aber das müssen die ja für sich entscheiden die dann da wird geschadet bernuch ich wiederhole sie dann dadurch geschadet danke für diese info ich werde sie in der juni rute nun mit einbeziehen ich komme ich bin noch dabei ist ja egal hätte sie ihn einfach ein bisschen und er ist auf karte ich bin die gold card wenn du es lass uns mal aufpassen ich bin du bist Oh Oh my god Are we winning team or Oh, ne Kate hat er nicht Interessant Hm, ne Kate hat er gewonnen, das hat er nicht für eine Range Alter, warum leckst du so? Wenn du was gierig auf den Panther Nein, ich wollte ihn stehlen Äh, bei Nomad gecatcht Das ist Auslegungssache Sehen wir jetzt? Hallo Sibir Da ist die Outed Range gekommen War sie noch damals, als sie einen AD Carry gepickt hat? Naja, muss sie ja wissen Sehr geil Uff, wilder Flash Ey, wilder Flash war doch Das war doch ultra gut Ey, du machst einen Ult Range Nein? Weiß ich gar nicht Mach sie weg Zahnfeuer Ja, deswegen Aber egal, ich würde sagen wir gehen einfach rauf Oh ja, ich weiß, ich weiß was du meinst Okay, wo sollte das hin? Ja, wir haben den Humor, sie wird ja voll sprinten Naja, das ist nur nicht verrückt im Kopf Loll Ich glaube, lang kann ich den leider nicht machen wahrscheinlich komme bad ja ich habe es einmal kurz getötet und lustige geschichte doch warum ziehen diese baronie durch ist die gerade sich alle stellen ich habe so wie gefunden ja ich bin mit schaiko ich bin mit jorik ich bin mit nein das ist ein single player spiel ich bin ein sidekick der warwick meint ihr ja von der ntp set lecherlich der tf kommt base gerade mit doppelbär anrennen naja ich gehe mal mit dir hinten seine ganze familie danke dann sind wir von gruppen und finden noch kein worten uns dabei ist aber wenn ihr bis hier geguckt habt dann dass man leichter was von tipp von mir vielleicht auch im kommentar übrigens mein setup umgebaut das sieht jetzt so aus es ist die kamera vor mir kann uns immer direkt anschauen tschüss aber ich finde ich also mal auf dieses game oder das ist nur ein bisschen weiter zu arbeiten und ich muss vielleicht mal deine hooks und meine pfützen einberechnen aber das finde ich halt schon okay ich beende das an der stelle auch mal kurz das ist das ist Bis zum nächsten Mal.